Hallo und willkommen zu Clash of Clans. Ja, ich bin jetzt bei der Aufnahme schon dreimal unterbrochen worden. Darum fange ich jetzt einfach nochmal von vorne an. Da habt ihr leider nur einen Live-Angriff verpasst. So, ich war gerade dabei. Erstmal, ihr seht, ich habe 739.000. Mein Ziel ist es jetzt am Wochenende noch auf die 1,2 Millionen zu kommen. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal streamen, aber da werde ich nochmal gesondert was ankündigen. Wir gucken uns jetzt erstmal ein paar Angriffe an. Da habe ich nämlich die zwei hier, wollte ich mir selbst mal angucken. Hier hat meine Verteidigung gewonnen und er hat mit 26 Bogenschützen, 21 Barbaren, alles Level 3, Skelette, Riesen, Engel und Goblins angegriffen. Und ich habe gewonnen. Da bin ich mal gespannt, wie er das geschafft hat. Okay, da kommen ein paar Bogenschützen gegen die Luftarmeen, aber die kriegen gleich von der Kennen ein bisschen Schaden. Er haut noch ein paar Waren dazu. Ich verstehe nicht, warum er erst wegen seinem Engel geht. Er wahrscheinlich auf die Luftabwehr. Da fängt er ganz schön, gell? Was hat er jetzt auch gemerkt? Er haut halt alles auf einen Klotz drauf. Dafür finde ich, ist es in meinem Schloss die Verteidigung wahrscheinlich klüger. So, jetzt kommen die Klanentruppen. Da ist sogar ein Makiert. Tja, gegen zwei Makiert, zwei Minenwerfer. Hier gehen die Dockfinster auch down. Und ja, jetzt haut er nochmal alles hier unten rein, dass er noch ein bisschen wenigstens was kriegt. Acht und fünf hat er noch. So, jetzt kommen wir auf die Clan-Gruppen. Die hebt er sich auf, oder wie? Ja. Das war mal eine Runde, das war wohl nix, gell? Ja, also gerade mit den Truppen da rausgeschmissen. Super. Gucken wir uns den nächsten an. Der hier mit 14 Magiern, sieben Riesen, ein paar Ballons. Holen wir mal. Gucken wir uns auch nochmal an. Okay, dann kommen halt dann gleich auch die Clan-Truppen. Okay, und jetzt zieht er da direkt die Markier alle auf einen Klotz, dass sie hier direkt einen Minenwerfer abkriegen. Da kommt der nächste. Das war aber auch scheiße, ja. Die haben jetzt richtig Futter für die Kanone. Und wenn nochmal Minenwerfer wird jetzt wahrscheinlich hier auf die Riesen schießen. Ja, hat halt die Punkte-Pokale wegen meinem Rathaus gekriegt. Aber das war aber auch mal echt gar nix. Was haben wir denn sonst noch? Haben wir noch irgendeinen guten Angriff? Ich hatte, denke ich, ein paar interessante Angriffe gemacht. Den können wir leider nicht mehr gucken. Oh, ja, den hätte ich euch so gern gezeigt. 67.142.337 bin ich leider noch Level 6 mit dem Account. Das heißt, ich habe noch kein dunkles Elixierlager. Aber das war ein toller Angriff. Tja, den hier können wir uns mal angucken. Also wir müssen nicht jeden angucken, weil der letzte war nicht so prickelnd. Und hier 76.000. Du hast verloren, aber das ist egal. Wir gucken uns einfach mal... Den fand ich jetzt. Gucken wir mal einfach hier in den rein. Äh, machen wir so rum. Okay, hier habe ich, glaube ich, alle Ecken. Da kommt, glaube ich, den nächsten. Machen wir mal doppelte Geschwindigkeit. Damit genau die Ecke aufgesprengt. Schön die Ecke aufgesprengt. Und dann bin ich in allen Ecken rein, weil Mienwerfer am Rand finde ich kacke. Ich glaube, das Video hat es über Live gekämpft. Also alles wichtige Verteidigung am Eck ist scheiße, weil da laufen die Wiesen drauf. Den wird es sauber nicht mehr sparen können. Und der Heilsauber war auch für den Arsch. Ich sollte nicht so viel Zauber mitnehmen, die kosten so viel Geld. Aber okay, dann machen wir mal vierfachen Schwindigkeit, weil ihr seht, da fällt alles. Und wir haben 105.000 und 38.000 Elixier. Und dann hatten wir doch noch einen. Der war scheiße. Den, ne. Hier, der war scheiße. Hier können wir vielleicht nochmal reingucken, auch mit 47% verloren. Also gewonnen. Okay, ach, hier wollte ich eigentlich nur die Elixiere abgreifen und habe dann gedacht, naja, gehst du doch mal weiter drauf, weil ich dann doch ein bisschen was schon investiert hatte. Genau, weil ich Lahnburg gucken kann. Aber eigentlich hätte ich jetzt aufhören können, jetzt bin ich noch ein paar Wiesen gespannt. Aber jetzt sind die Burgenschützen drin, die haben gegen die Flanburg-Einheiten geklärt. Und jetzt... Aber jetzt habe ich mir gedacht, naja, jetzt kannst du auch noch alles holen, die vier Riesen auch noch reinstrecken. Ach nee, habe ich nicht mehr gemacht. Doch, habe ich gemacht und total verkackt. Naja, weil ich so nacheinander dann gegangen bin. Ja, hätte ich sie alle gleichzeitig reingeschickt, dann wäre es vielleicht noch was gewonnen. Ah, oder vielleicht hier hinten angegriffen, dass ich einfach noch die 50% kriege. Aber okay, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Elixier war in Ordnung. So, aber jetzt gucken wir mal, was ihr so gepostet habt. Die Clan-Besuche habe ich letztes Jahr mal gemacht. Und wir gucken einfach mal hier genau. Bring-It-Mother-Foo. Angriff auf Bring-It-Mother-Foo. Gucken wir uns mal an, was der Anton so gepostet hat. Oh, das sieht auch mal gut aus. 292 und 290. Okay, das wisst ihr ja, finde ich, total irrenberichtig, so eine Holzmauer dahin zu stellen. Okay, Anton greift nur mit Bogenschützen und und Barbaren an. Ja, genau, also den dunklen Elixierbohrer hier, den würde ich wahrscheinlich mal mitnehmen wollen. Okay, Schwein gehabt, dass er auf die Krupp gezielt hat und nicht auf die. Ich mach mal doppelige Schwierigkeiten. Guck mal, schön an allen Ecken angegriffen. Das ist schon richtig viel, also gut. Hat sich mehr als gelohnt, auch wenn du nur 27%, aber 197, 188 und 90. Klasse. Ja, sowas würde ich auch gerne mal wiederfinden. Was haben wir... Oh, habe ich hier... Genau, hier haben wir noch vom... Germaine 1 BVB. Bist ein BVB-Fan? Gucken wir uns auch mal an, was hier so dabei rum. Oh, auch wieder ein randvolles Lager. Das waren mal viel Bomben-Skelette, aber okay. Ja, einer hat sogar noch überlebt. Ich würde jetzt wirklich noch versuchen, da aufzusprengen. Die sind natürlich an der Scheiß-Stelle da jetzt natürlich rangekommen. Also hier jetzt die rankriegen, müssen wir die Bauer weg. So, es ist schwachsinnig, hier so einen dicken Minen da hinzustellen. Klar trifft der viel. So, dann machen wir eine doppelte Geschwindigkeit. Weil jetzt bist du drin. Jetzt rollt der Rubel. Die Lungen-Werder sind tot. Ja, die Lungen sind wieder... Ja, okay, haben kaputt gekriegt. So, was haben wir denn jetzt noch? Also, 46%. Machen wir mal Vierfach-Geschwindigkeit. Nee, hat leider nicht mehr gelangt haben. Ich habe jetzt aber noch ein bisschen Gold rausgeholt. Okay. 109, 246.000. Richtig Bombe. Da kann man auch wieder nicht meckern. Was haben wir hier nochmal vom Anton? Gucken wir direkt rein. Was ist das? Was ist das? Interessante Verteidigung. Aber ich würde wirklich sagen, sobald man einmal... Man kann hier alle Minen. Das ist schon hart, hier reinzukommen. Aber wenn wir mal testen, dass wir da oben stehen... Hier der Dragon klärt schön oben. Nein, der Minenwerfer und der Mage Tower, die stören da ein bisschen, dass wir hier alles kriegen. Boah, so ein 540 dunkles Elixier jetzt hier abgeräumt. Stand hier irgendwo ein Elixier-Bohrer, den ich nicht gesehen habe. Hier bin ich noch ein paar Bogenschützerin, dass du hier die Town Hall kriegst. Du warst gieriger aufs Elixier, ich sehe das schon. Kann ich aber verstehen. Zwei Bogenschützen hier hin. Aber okay, äh, ja, ähm, Enten-Duo-Rolls-Gut-Ab, muss man sagen. 195, dann gehen wir auch wieder schon nach Hause und gucken, was wir noch so im... Chris geil, wie der wackelt. Oh ja, ihr habt fleißig gepostet. 404 dunkle Elixier. Elixier. Drei Drachen noch dabei. So, du willst hier gerade die Luftabwehr wegmachen, dass du deinen Drachen rausholen kannst. Hier steht die andere Luftabwehr und direkt die Drachen rauspacken. Und das dunkle Elixier, das steht aber auch verdammt nah hier am... am Rande. 350 dunkle Elixier. Wo ist die Vorrat? Hier, in Erinnerung fix. Okay. Der Drache fliegt sehr schön wie geplant da drauf hin. Und 404 dunkle Elixier. Hat sich auf jeden Fall schon gerechnet. Jetzt können die Drachen noch so ein bisschen Kleinkram mitnehmen. Ja, noch die zweite. Die Tesla macht ihn dann halt wirklich zu schaffen. Hier machen wir mal doppelte Geschwindigkeit. Das weiß ich nicht, ob wir die nicht jetzt noch sparen können, aber die Ressourcen kriegst du damit nicht mehr. Ah, hier ist noch ein kleineres und ein kleines Goldlager. Aber dann könntest du dir noch ein paar Warnkönige ziehen. So, vierfach Geschwindigkeit. Ne, war nichts mehr. Also, Geld technisch auf jeden Fall natürlich nicht gelohnt, aber dunkle Elixier. Ich meine, wenn man 400 dunkle Elixier kriegen kann, sollte man sie sich nehmen. Auf jeden Fall. Dann haben wir noch vom Toe 24 0 22 004 Ein Angriff auf Arthur. Oh, sehr schön. Mal wieder was Hochleveligeres. Du gehst direkt auf Bora. Und einer, ah ne, jetzt kommt die Ressourcen aus der Clanburg. Ich hab schon gedacht, einer aus der Clanburg. Zweite dunkle Elixier, Bora wird angegangen. Schön die Clan-Truppen hin und her gejagt. Boah, 500.000 Gold liegt da drin. Tja, jetzt erst mal überlegen, was macht man jetzt? Versuchen die Clan-Truppen zu sammeln und dann am besten Glitz drauf zu hauen. Genau. Als ob ich's gewusst hätte. Ob die Skelette in der Clanburg ist, hat man auch selten. Und jetzt guckst du, dass du ein bisschen Geld und Elixier abgreifen kannst. Wow. 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 Das sieht aber gerade nicht so gut aus. Muss man sagen. Ich bin jetzt sehr tot, aber naja. 16, 16 und 270 dunkles. Also schön hast du das mit den Clan-Truppen gemacht, das muss man wirklich sagen. Hier haben wir einen Angriff vom Ali, 93. Das ist auch hier heftig. Drei Bienenwerfer nebeneinander. Du jagst die Goblins rein. Holt das Gold. hat man da. Wie hat man da mit? Okay, du hast jetzt schon 70.000 mit deinen Farcoblins. Hier oben die Baban, unten die Baban. Jetzt noch die Townhall holen. Die steht außerhalb der Range von der Cannon. Das ist doof. Ein Feld weiter hoch. Was hätte es geschadet? Aber so für uns ist es natürlich gut, wenn wir angreifen. Der Ali Level 10 ist es ja, glaube ich, Kennen Sie auch noch dick rein. Pardon. Ah, ah. Nicht, dass der Kampf langweilig ist. In keines der Weise. Mal 4-Fahr-Geschwindigkeit. Holt sein King noch rein. Ja. Aber ich denke über 50. Doch. Okay, ja. Das kriegen sie hin. 50%. Die Townhall gefallen. Okay, der eine Bogenschütze, der reißt da auch nichts mehr. 170, 100, 11, 180. Ja. Da gibt es nichts zu meckern. Was haben wir dann hier noch für einen Fight? Den hatten wir schon. Quilomat. Choo-Choo, der Loot-Express-Pferd. Gucken wir uns mal den Loot-Express an. 210, 256. Also auch hier wieder in meinen Augen Der Jaas lenkt uns und ist wieder schön gemacht beim Angriff. Der Townhall, der wird jetzt die Bogenschütze in Hintergrund den Meiner 2, 3, 4 noch dazustellen. Oh, nein, die Tesslerauter kommt nicht recht rein. Bogen kommen jetzt die Bogenschütze. Und jetzt rollst du gerade wieder richtig. 180, 200, wow. Achso, mit 39, genau. Da kriegst du den dunklen Elixierburger auch noch weg. Das läuft ja momentan gut bei euch. Ihr spielt zu der richtigen Zeiten. Ich seh das schon. 210, 215, 180. Meine Güte. Ich glaub, den hatten wir schon. Wir gucken, also im letzten Video, aber wir gucken einfach nochmal rein. Müsste ich jetzt nicht. Ah doch, das ist der mit deinem Level 6, äh, 5. Achso, ja, wo du mit den 4 einhachst. Okay, den Angriff schadet es nicht zweimal anzugucken. Ich mach aber schneller, weil wir ihn halt schon gesehen haben im letzten Video. Den find ich aber klasse. Du holst mit, ähm, wirklich nur 6 Einheiten, die echt gezielt hingeplatziert sind. Einfach mal so easy, äh, 60.000 oder sowas. Genau. Also hier, 2 Barbaren, 4 Bogenschützen haben 64.000 geholt. Und das ist natürlich auch nice. So, jetzt gucken wir nochmal, was im Chat hier geschrieben wurde. Wiederholen. Jeremy, ich möchte in den Clan. Oh, wenn Arnf gerade online ist, hat er mit Sicherheit sein Dorf aufgebaut, weil bei dem letzten Dorfbesuch, kann ich das nicht doch, war nämlich sein Dorf kaputt. Gut. Ja, perfekt. So. Clanburg. Minenwerfer aufrüsten, Eherabwehr aufrüsten, sonst schon überall Level 10. Goldminen, da warst du fleißig. Die noch, die Elixier, die sind noch nicht so hoch. Also, ist auf jeden Fall kein verkehrter Aufbau. Level 7, du könntest halt schon Level 8 Kanonen haben, oder ne, Level 7 ist hier bei Level 6 das höchste. Gefällt mir? Gut. Wenn man die Town, also wenn man es nicht zum Farben haben möchte, also wenn man die Town Hall auch ein bisschen schützen will für Pokale, ist das hier ein ordentlicher Aufbau. Kann ich nicht meckern. Super. Und jetzt sind wir schon wieder bei weit über 20 Minuten. Daum sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, wenn es wieder heißt. Mist angezockt, Spiel Clash of Clans. Ciao. Und hat's dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir es gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo. wo ich da freigte. wie Clo, ich